Hallo meine lieben Grieferfreunden, ich bin's wieder, euer Gaklim und ich und Fluffler haben eine kleine Sicherheitslücke auf Tron MC gefunden, wo wir uns Stellchenrechte vergeben konnten. Ob ihr aus uns jetzt glaubt oder nicht, ist eure Sache, aber ich kann euch eins sagen, es ist kein Fake. Nach der Trollaufnahme haben wir der Crew Bescheid gegeben, was wir gemacht haben und wie die es gemacht haben, das Ganze wurde behoben und der Server hat keinen Schaden genommen. Oh nein, hör doch auf, Nonno. Wurde so ein Rundsohn. Bisse, Junge, was willst du eine? Hau in der Mauer, du in der kleinen Bichse. Oh, ich gehe jetzt mal in den Creative Bonus. Okay, du bist jetzt wahrscheinlich auch bei dem in der Nähe, ne? Mann, das ist der STP, René hat den René. Warte mal, lass uns jetzt mal irgendwas bauen, diesen René gleich mal porten, okay? Replace Bedrock, so. Einer darf ja nicht raus, ne? Mist, ich glaube, ich habe die Tür auch jetzt replaced. Ja, warte mal, soll ich ein Schild machen, Diamanten? Ja, ja. Dann bist du wenig. Ja, ja. Er geht gleich. Ey, du musst, du musst, du musst gleich die Lava gleich herablassen, Fluffel, schnell. Gleich, wenn er drin ist, okay? Ja. Ja, ja. Lava, Lava, los! Kommt herunter, kommt herunter. Okay, alles, alles, alles wegbauen, alles wegbauen, los! Schnell! Okay, da! Wird keiner glauben, ihm wird einfach keiner glauben. Alter, ich komme immer zu... Alter, oh, kommen wir mal schnell zu mir, wow, das ist ne... Oha. Post 2. Altes Replace Sponge, Replace Sponge. Nein, 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 kurz, kurz, ähm, Z0 und dann, und dann, und du, okay? Ja, mach mal. Ich hoffe mal, die Sachen sind noch da. Ja, die sind auch da. Ich hoffe, dein einfach nicht gesehen, wer ich bin. Warte mal. Bist du jetzt bei mir? Okay. Okay. Äh, gleich wird er so gereckt. Guck mal. Oh, da kommst du schon. Ja, aber halt, äh, du kannst ihn nicht mehr empfehlen oder darfst du nicht von abgegültig aus, ne? Oh, nein, hör doch auf, Nono. Oh, das ist so ein Hund sohn. Das ist so ein Spass, ne? Hör doch auf. Nono, lass es zu deiner Pasta, bitte. Ich werde ja viel weniger. Ja, ja. Ey, ey.